Hallo, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Frank Happel und ich melde mich heute aus dem Rückenzentrum Hückelswagen. Aus dem neuen Rückenzentrum Hückelswagen. Nachdem wir am Standort Wermenskirchen bereits vor einigen Wochen unter Trainingskonzept 2.0 integriert haben, haben wir es auch jetzt im Hückelswagen gemacht. Wipperführt ist auch weit dran, verspreche ich. Aber heute wende ich mich erstmal an die Standorte Wermenskirchen und Hückelswagen. Denn wir wollen nicht nur irgendwelche neuen Konzepte integrieren, wir wollen natürlich auch, dass viele Menschen von diesem neuen Training und der sich daraus ergebenden Lebensqualität, ja, dass wir ihre Vorteile daraus ziehen und dementsprechend auch besser und schneller und effizienter trainieren können. Deshalb haben wir uns überlegt, wir möchten ein besonders Angebot jetzt zum Jahresende auch noch bringen und ich lade euch ein. Ihr könnt trainieren bei uns bis zum Jahresende und zwar zum Nulltarif. Absolut kostenfrei, wenn ihr euch jetzt anmeldet, bis Ende des Jahres, keinerlei Kostenverantwortung. Ich freue mich auf euch, mein gesamtes Team natürlich auch. Bis bald.